Hallo zusammen! Heute mal ein ganz anderes Thema und zwar geht es um die Bildbearbeitung. Ich bin ja ein Hobbyknipser und erstelle regelmäßig Fotobücher und dann macht man ja aus den Ergebnissen der Kamera vielleicht noch das ein oder andere Foto. Ich sage bewusst Knipser und nicht Fotograf. Denn ich denke dazu sind meine Ansprüche zu gering. Ich fotografiere mit einer Sony Alpha 6300 und habe praktisch ein 16 bis 70 mm Objektiv dran. Das ist mein Always On Objektiv. Das habe ich glaube ich nur einmal zum sauber machen abgenommen. Ansonsten steckt es die ganze Zeit dran. Brennweide 4 reicht für die meisten Fälle. Was nehme ich zum Optimieren? Es ist eher ein Entwicklungsprogramm und weniger eine Bildbearbeitung. Denn man kann jetzt keine Striche malen oder sonstige große Dinge machen, sondern eigentlich die Bilder so ein bisschen aufhübschen. Das ist das Programm Luminar 3. Und ich habe jetzt hier in dem Ordner ein paar Demo-Bilder gemacht. Ähnlich wie ich fotografiere, einfach so ein bisschen aus der Hüfte schießen, abdrücken, was mir gefällt. Ohne Planung, ich stehe da nicht früh auf und will irgendwelche Sonnenaufgänge, nebelige Moorlandschaften etc. aufnehmen, sondern rein für mich privat aus Jux und Tollerei die entsprechenden Dinge aufnehmen. Und dann kommen eben manchmal gute Bilder dabei raus und ich glaube häufig im Ausschuss. Aber ich habe jetzt hier fünf Bilder einfach mal, um zu zeigen, was ich mit Luminar mache und warum Luminar noch ganz kurz. Weil ich habe es mir mal zeigen lassen mit diesem typischen Photoshop etc. Da kann man die Ergebnisse noch viel viel schöner, viel toller machen. Aber es dauert ewig. Also ich habe weder einen professionellen Anspruch noch habe ich die Muße, mich da so in die kleinsten Dinge rein zu priemeln. Sondern ich will eigentlich, ich sage es jetzt mal so, mit wenig Aufwand ordentliche Ergebnisse haben. Also ich fange mal mit dem Bild an. Ich habe jetzt die Bilder alle hier in ein eigenes Album gelegt. Hat den Vorteil, Luminar hat eine nicht destruktive Bearbeitung. Also ich kann hier munter dran rumfummeln an den Bildern, ohne dass ich das Original zerstöre und zeige ich später. Ich kann dann auch noch Stapelverarbeitung machen. Ich gehe jetzt mal hier in die Bearbeitung rein. Und was Luminar von sich schon hat, die nennen das immer künstliche Intelligenz. Man kann mit einfachen Schiebereglern hier eine relativ einfache Anpassung des Bildes vornehmen. Was Luminar macht, ist, wenn man sich das Histogramm anguckt bei den Sachen, es versucht so ein bisschen anzugleichen, auszugleichen. Also die Farben ein bisschen zu ändern, hell-dunkel ein bisschen anzupassen und so diese typischen Dinge, die man eben im Normalfall macht. Erkennt Luminar einen Himmel, kann man dann auch noch hier gezielt den Himmel verstärken. Die anderen Bereiche werden ausmaskiert und damit könnte man jetzt schon aufhören. Ich habe hier oben noch mit diesen Häkchen angezeigt, überbelichtete, unterbelichtete Stellen. Da ist jetzt in dem Bild hier nichts drin. Was ich persönlich noch gerne mache, man kann hier dann so den ganzen Filterkatalog sich aufbauen, sind dann solche Dinge wie zum Beispiel eine Grünverbesserung, weil gefühlt aus der Sony das Grün ein bisschen flau herauskommt. Da für die Fotobücher habe ich die Erfahrung gemacht, lohnt es sich ein bisschen nachzuschärfen. Ich arbeite nur mit JPEG und das ist praktisch ausreichend. Das war es für das Bild hier eigentlich auch schon. Man kann dann hier immer relativ schön so ein bisschen vorher nachher sich angucken, um zu sehen, ja es ist ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, dass das Bild strahlt ein bisschen. Man hat hier auch so eine schöne Möglichkeit, das rechts und links zu verschieben. Der Himmel kommt strukturierter heraus. Es wirkt aufregender, sage ich jetzt mal. Das Bild ist einfach schöner. Dann kann ich mich auch schon um das nächste Bild kümmern. Ganz anderer Bereich. Auch hier wieder das übliche, was ist über, was ist unterbelichtet. Dann sieht man, dass es hier Bereiche gibt, die doch deutlich überbelichtet sind, wo es so ein bisschen absäuft. Dann kann man hier das Entwicklungstool nehmen, auch wenn man jetzt nicht mit dran arbeitet. Wie gesagt, ich arbeite mit JPEG. Dann kann ich die Belichtung ein bisschen runterdrehen, bis das weg ist und im Gegenzug dann ein bisschen die dunklen Bereiche leicht aufhellen. Es ist zwar jetzt hier nichts richtig abgesoffen, aber es macht sich einfach schön bemerkbar. Und wie immer dieser Standardregler, der einfach alles ein ein bisschen angleichen kann. Und schon sieht es im ersten Moment schon recht gut aus. Den Himmel, ich glaube, es kommt auch ein bisschen hervor. Dann wirkt die obere linke Ecke auch gleich wieder etwas individueller. Sie fällt auf und es nicht nur weiß. Dann auch hier wieder etwas schärfen. Auch wenn hier jetzt nicht wirklich viel Grün im Bild ist, führt nach meiner Erfahrung das Anheben der Grünverbesserung, des Grünwertes, zu einem etwas strahlenderen Ergebnis. Auch hier wieder vorher, nachher. Die Änderungen sind jetzt nicht wirklich stark, aber trotzdem, man sieht die Struktur im Balken ein bisschen besser, etwas vom Himmel. Und dadurch ist für mich das Bild einfach schöner geworden. Hier jetzt ein ganz anderes Beispiel. Auch da wieder der gleiche Weg. Man kann das theoretisch auch, wenn sehr viele die gleiche Bilder sind, auch in Form einer Stapelverarbeitung die ganzen Filter automatisch drüberrauschen lassen. Da es für mich aber trotzdem immer wieder den ein oder anderen Unterschied gibt, die ein oder andere Feinheit. Dann mache ich jedes Bild einzeln. Außerdem kann man dann noch viel besser darüber nachdenken, ob man das Bild verändern will oder vielleicht sogar rausnehmen möchte. Auch hier sind ganz leichte Überbelichtungen im Bild. Die kann man dann wieder rausnehmen. Dann die Schatten ganz leicht anheben. Und auch hier wieder das Thema Grünverbesserung und Schärfen. Dann kann man wieder gucken, vorher nachher. Hier etwas blasser, hier etwas strahlender. Kann jetzt jeder natürlich für sich selber entscheiden, ob er eher dieses Poppige mag. Ich mag das. Und gerade wenn man die Fotobücher mit matten Aufnahmen, also mit matten Papier verwendet, kommt es dadurch ein bisschen besser raus. Jetzt mein Extrembeispiel von Überbelichtet. Das sind jetzt eher Demo-Bilder. Aber einfach um einen Eindruck zu bekommen. Auch hier wieder gehe ich dann erst in die Belichtung rein, ziehe dann den Wert hoch. Da sieht man eben auch, dass er hier angleicht. Ich sehe die Belichtung weiter runter. Ich belichte schon etwas, ich unterbelichte schon, so muss man eigentlich sagen, die Kamera bei der Aufnahme. Aber hier muss man dann trotzdem noch etwas nachregeln. Das wird jetzt unnatürlich. Also je nach Regler, es gibt dann die Erfahrung, gibt es solche Bereiche. Also ob man jetzt 1, 2, 3 hier mehr macht, das fällt meistens nicht auf. Aber wenn man es zu stark ins Extrem zieht, dann übertreibt der Filter immer ein bisschen. Dann kann man hier etwas Dunst entfernen. Man sieht, ich habe so ein paar Dinge einfach schon im Standard rein. Schärfe habe ich schon verwendet. Nein. Hier kann man wieder vorher, nachher. Also man sieht dann aus meiner Sicht Schatten noch etwas mehr. Zwischen 80 und 90. Bei 100 ist dann schon ein bisschen zu extrem. Also man wird es nie immer ganz hinkriegen. Aber auch da passt es dann. Jetzt wieder ein ganz anderes Bild in der Nacht. Ich habe einfach versucht, so ein paar Beispiele zu machen. Das ist aber trotzdem dieser Automat hier schon von sich aus, ich zeige es einfach nur den Automaten, von sich aus schon relativ viel rausholt. Und das Bild wirkt lebhafter und kann dann eben noch seine persönlichen Vorlieben hier entsprechend berücksichtigen. So, auch hier. Wir haben nicht viel Grün, aber dennoch. Und am Ende die Schärfe. Also es hat viele Möglichkeiten, aber ich verwende es hauptsächlich für diese wenigen Dinge. Jetzt auch hier mal wieder. Das fand ich schon ein relativ schönes Bild, was mir halt die Stimmung im Urlaub wiedergegeben hat. Und so sieht es einfach noch viel besser auf. Man sieht gleich, wie unperfekt ich bin, weil Klassiker hätten wahrscheinlich hier diesen Bereich weggenommen, diesen entsprechenden Mast hinzugenommen. Aber wie gesagt, das ist für mich alles persönlich. Hier jetzt auch wieder ein Außenbild mit Himmel. Da war ein Schmutzfleck, den könnte ich dann mit dem Klonpinsel natürlich wegmachen. Aber das spare ich mir jetzt hier. Klonen geht auch, aber das ist ziemlich das Äußerste, was dieses Programm kann. Kann aber relativ gut maskieren. Aber wie gesagt, das sind für mich Dinge, wo ich dann gefühlt schon zu lange an den Bildern. Sitze. Also es muss bei mir einigermaßen schnell gehen. Ich fummel da nicht so weit rum. Das Klonen würde ich jetzt machen, aber jetzt für die Demo soll das auch genug sein. Hier sieht man wieder, ich finde es einfach schöner. Die Blu-Idee, es wirkt alles viel. Ja, man hat den Eindruck sonniger. Was ich jetzt machen kann eben, jetzt hat Luminar hier hinter jedem Bild die entsprechenden Einstellungen markiert. Control-C, Control-C, Moment, was habe ich jetzt gemacht? Steuerung A, genau, alle markieren. Jetzt habe ich hier alle Bilder in dem Ordner markiert. Und jetzt kann ich sie mit dem hier oben als Bild exportieren. Kann hier ein Ziel angeben. Kann ein bestimmtes Format angeben. Also unterstützt sehr, sehr viele Formate. Kann noch ein Nachschärfen machen lassen. Da ich aber schon die Bilder geschärft habe, lasse ich das. Kann noch entsprechende Größen angeben, wenn ich sie irgendwo hin einpassen möchte. Verschiedene Farbräume auswählen. Abhängig von dem Einsatzbereich, ob ich sie im Internet oder für Druck verwende. Und dann die Qualität. Und wenn ich dann Exportieren mache, dann fängt er eben an, diese sechs Bilder zu exportieren. Ich habe dann gestern schon mal vorbereitet, einen Lastlauf. Also ich habe hier so einen I9. Der muss hier schon ein bisschen arbeiten. Alle Kerne werden zu ungefähr 50% ausgenutzt. Die Threads auch entsprechend. Und die Temperatur geht dann leicht nach oben in meinem Gehäuse. Also dieses Exportieren ist dann abhängig von der Leistungsfähigkeit des Prozessors. Und kann dann, je nachdem, doch einige Minuten dauern. Jetzt hier bei diesen sechs Bildern und den Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Ja, jetzt ist er fertig. Hielt sich das in Grenzen. Ja, ich hoffe es war einigermaßen interessant. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich hoffe es war einigermaßen. Ja, ich hoffe es war einigermaßen. Tschüss. Ja, ich hoffe es war einigermaßen.